Guten Abend und herzlich willkommen zum Blick auf das Wichtige des Tages. Heute mit diesen Themen. Heute Abend wird es hoch zu und her gehen im amerikanischen Fernsehen. Dann, wenn sich Donald Trump und Herausforderer Joe Biden in Cleveland zu bester Sendezeit im ersten TV-Duell messen. Solche Duelle sind immer spannend, diesmal aber ganz besonders. Schliesslich polarisiert dieser Wahlkampf wie noch kein anderer vor ihm. TV-Debatten gehören zu den Höhepunkten der Wahlkämpfe. Sie sind Markstein, Bewährungsprobe, Unterhaltungshighlight. Sie sind informativ, können entlarvend sein, sie können zum Sieg verhelfen oder eine bittere Niederlage mit verursachen. Peter Dückeli schaut zurück auf legendäre Wahlkämpfe der letzten Jahre und auf die grössten Herausforderungen, die Donald Trump und Joe Biden diese Nacht bevorstehen. Ja, eigentlich wollten wir jetzt nach Cleveland zu Peter Dückeli schalten, aber wir haben Probleme mit dieser Leitung und versuchen das später in der Sendung noch nachzuholen. SRF überträgt dieses Fernsehduell zwischen Trump und Biden live um drei Uhr morgens auf SRF 1, kommentiert von unserem Korrespondenten Peter Dückeli. Und wenn Sie doch nicht mitten in der Nacht aufstehen mögen, eine Wiederholung sehen Sie morgen Vormittag um 10.50 Uhr. Auch online begleiten wir die Debatte mit Ticker und Analysen. Nun nach Deutschland. Während den Anfängen scheint sich Kanzlerin Angela Merkel angesichts steigender Corona-Neuinfektionen zu sagen. Damit diese Zahlen in der kommenden Herbst- und Winterzeit nicht explodieren, will die Kanzlerin rechtzeitig durchgreifen. Die Regeln werden verschärft, darauf hat sich Merkel heute mit den Chefs der Bundesländer geeinigt. Zur neuen deutschen Corona-Strategie Bettina Ramseier. Auch Italien schlägt sich derzeit überraschend gut in der Corona-Krise. Das Land, in dem die Pandemie in Europa ausbrach, das als erstes in den Lockdown musste. Aber dieser dramatische Frühling machte auch bewusst, wie rege der Grenzverkehr zwischen Italien und dem Tessin ist. Nun soll ein Abkommen diesen Berufsverkehr über die Grenzen endlich neu regeln. Auch deswegen ist Bundesrätin Simonetta Sommaruga heute nach Rom gereist. Philipp Zahn. Und jetzt steht die Leitung nach Cleveland, wo heute Abend das erste TV-Duell zwischen Trump und Biden stattfindet. Und dahin schalten wir jetzt zu Peter Dückeli. Trump ist der angriffslustige Debattierer, der keine Provokation auslässt. Biden wirkt nicht immer gleich präsent, stolpert immer mal wieder verbal, ist dafür inhaltlich sattelfester. Wem geben Sie die besseren Karten heute? Im Kaukasus spitzt sich der Konflikt um die Region Bergkarabach weiter zu. Auch heute gab es Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien. Dabei soll ein armenisches Kampfflugzeug abgeschossen worden sein. Armenien macht dafür die türkische Armee verantwortlich. Dieser Rücktritt kommt für die Swiss zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Der Chef Thomas Klühe gibt sein Amt per Endejahr ab. Wie er sagt, aus privaten Gründen. Während fünf Jahren stand Klühe an der Spitze der Airline. Nun geht er in einen Moment, wo die Flugbranche wegen Corona in der wohl schwierigsten Phase ihrer Geschichte steckt. Die Corona-Krise hat auch die Medien hart getroffen. Die Werbeeinnahmen sind eingebrochen. Viele Medienhäuser mussten Sparprogramme schnüren. Die Krise geht auch an der SRG und ihren einzelnen Unternehmenseinheiten wie SRF nicht spurlos vorbei. Heute hat die SRG ein weiteres Sparprogramm bekannt gegeben. 250 Stellen sollen abgebaut werden. Es berichtet Andi Müller. Jetzt zu Kleinkindern, die ja anfangs mit ziemlich wenig zufrieden sind, essen, schlafen und spielen. Wobei letzteres vorzugsweise mit dem Mund geschieht. Was allerdings nicht unbedenklich ist. Denn eine Studie der Universität Lausanne zeigt nun, dass sich bei jedem zweiten Kind chemische Stoffe nachweisen lassen, die den Hormonhaushalt beeinflussen. Stoffe, die in unzähligen Kunststoffen, z.B. in Spielzeug, eingesetzt werden. Eine brisante Geschichte erzählt von Florin Meissen. Diese Studie vertieft heute Abend der Kassensturz ab 21.05 Uhr. Die Sendung zeigt auch, was die zuständige EU-Überwachungsbehörde gegen die Risiken unternimmt. Nun zu einem düsteren Kapitel in der Schweizer Geschichte, das lange nicht aufgearbeitet wurde. Sklaverei. Worin auch dieser Mann hier, Alfred Escher, und dessen Familie involviert ist. So hatten die Eschers die Sklavenarbeit in Kuba mitfinanziert. Aber nicht nur reiche Unternehmerfamilien profitierten während Jahrzehnten vom Geschäft mit Menschenhandel, sondern auch die Stadt Zürich. Sie hat die Geschichte jetzt aufarbeiten lassen. Remy Büttler. Und nun zur Vorschau auf die Themen von 10 vor 10. Bitte schön, Urs. Danke, Urs. Und gleich nach Meteo ist der Kriminalist an der Reihe. Ihnen einen gemütigen Abend und bis morgen.